jetzt mal ganz ehrlich es ist doch wirklich langweilig oder nicht also es ist wirklich wenig los im krypto markt aber die große frage wann ist denn wieder mal was los wann ist diese konsolidierung bei bitcoin und den kryptos beendet dafür schauen wir heute mal ein bisschen auf die gegenwart auf die vergangenheit und dann hoffentlich mit einem guten blick auf die zukunft viel versprechen kann ich nicht aber ich gebe natürlich mein bestes und wenn euch das gefällt haut den like drauf jetzt aber erstmal zurücklehnen anschnallen und dann viel spaß beim update so und bevor es losgeht wie gewohnt mit dem gift des tages eigentlich will ich erst mal ein bisschen aufklärung leisten mein name ist mirko hier geht es um kryptowährung und ein bisschen auch um das thema finanzen aber das allerwichtigste ist das was er jetzt gleich zu sehen bekommt ist keine prognose es ist keine vorausschau auf die ihr 100 prozent setzen solltet sondern ein blickwinkel nämlich meiner um eine einschätzung zur aktuellen marktlage das mal vorab und ich hoffe es geht euch ansonsten gut wir starten jetzt erst mal mit dem gift des tages in den content und das ist dieses hier ja wie ihr mich schon gesehen habt ich wollte hier nicht den schlafen den schlafenden spielen aber ja es ist tatsächlich wenig los deswegen wird das marktupdate auch relativ kurz und schmerzlos ausfallen schauen wir auf den heutigen tag sieht es gemischt aus deswegen hinten auch im hintergrund orange einfach mal so ein bisschen die gemischten farben gucken wir aber auf monthly basis sehen wir einfach kein gutes ergebnis ein deutlicher deutlicher abfall beziehungsweise es geht nach unten für die kryptowährung das liegt eben daran dass nichts mehr los ist denn ohne nachfrage gibt es keine preissteigerung bei gleich bleiben angeboten so funktionieren die marktmechanismen deswegen brauchen wir gar nicht auf den bitcoin kurs schauen aber wenn wir uns mal gewinner suchen dann gibt es tatsächlich noch welche und das sind nft coins aktuell die im moment ein bisschen outperformen aber so viel eben auch nicht es ist wenig los und dann versucht man eben wieder was neues zu finden oder ist da vielleicht doch ein bisschen mehr dahinter die altcoin season die ist im rückwärts kann genauso wie alles andere auch klar hier ist die nachfrage eben besonders groß und wenn die dann aus bleibt dann ist auch kein fundament mehr da wo wir bei bitcoin schon noch mal was sehr viel solideres sehen das mal hier so grob zusammengefasst zur aktuellen marktlage wir schauen aber mal was tatsächlich los ist und dafür braucht man eigentlich nur mal auf die google trends zu schauen und dann sieht man ja am besten wäre jetzt hier so ein so ein heuball was hier so durchläuft und so ein chirpen es ist nichts los ich würde am liebsten fast gar nichts sagen die nachfrage geht runter es ist nicht so extrem wie ich es jetzt hier ein bisschen über dramatisiere deswegen nimmt das wirklich ein bisschen locker und mit ein bisschen humor spaß muss an der stelle auf jeden fall noch drin sein wir sind auf jeden fall aber auch auf dem niveau vom november dezember letzten jahres und das gilt nicht nur für die nachfrage also für die suchanfragen bei bitcoin die schon immer guter trendindikator sind bitcoin natürlich als die größte der kryptowährung bekannteste wichtiger indikator was für den gesamtmarkt eben auch relevant ist und schauen uns mal das trading volume an von bitcoin dann sieht man eben auch nach diesen explosiven momenten im mai aber auch noch mal im juni wo es zwei stärkere abwärtsmomentum bewegungen gab ihr wart ja live im twitch kanal dabei da sah es dann eben nicht so positiv aus und ja das trading volume im moment entsprechend depressiv im niveau im level von vor einem jahr zwar noch ein bisschen darüber aber hier sehen wir eben eine ganz klare trendentwicklung und wichtig ist hier eben auch auf die daten und fakten weiterhin zu schauen deswegen zeige ich euch eben auch mal ein paar grafiken paar informationen unsere on-chain analyse die wir zusammen mit glas und machen jede woche die ist auch immer eine sehr sehr gute hilfe um das aktuelle marktsentiment ein bisschen einzuschätzen und es gibt eben neben den negativen sachen auch positive ereignisse denn das ganze thema bitcoin mining hat ja eigentlich erst diesen ganzen abwärts strudel ausgelöst wir erinnern uns zurück china hat bitcoin verbannt alles ist schlecht elen musk hat auch noch gesagt dann ist bitcoin mining auch noch umweltschädlich wir machen das ganze nicht mehr als payment bei tesla und damit war die abwärtsspirale inklusive verschiedener anderer schlechten news perfekt am ende des tages ist das bitcoin mining deutlich zurückgegangen wir sehen die hashrate wir sehen hier diesen einbruch eben auch aber auch die erholung die durch die difficulty rate jetzt angepasst wird aber und jetzt kommt das große aber eben auch eine große chance eine chance nämlich insofern als dass das bitcoin mining sich dadurch wesentlich mehr noch dezentralisiert der große kritikpunkt war ja damals china als zentrale anker ist immer gefährlich da haben wir alle ein bisschen angst jetzt jetzt ist alles raus wir sehen gerade dass in usa auch viel verschifft wird ob miami oder sonst wo überall gehen die bitcoin miner hin aber auch in südamerika wo in elsa wo der bitcoin stand geschaffen wurde in paraguay soll noch was kommen und dann ist eben auch so noch interessant hier auch die mining kapazitäten dort vielleicht auch rüber zu shiften kanada auch also es dezentralisiert sich und das was positives aber was nicht positives beziehungsweise das nehmen wir jetzt noch mal mit das ist nämlich auch positiv ist der outflow auf den crypto börsen ist auch wieder auf dem niveau einer akkumulationsphase also die kapitulation womöglich am ende heißt aber nicht an der stelle dass das nicht mehr fallen kann denn am ende des tages ist es auch so wenn keine nachfrage mehr da ist wenn nichts mehr weiter kommt dann egal wie fundamental etwas ist es ebbt eben langsam ab und das kann auch dem bitcoin kurs noch passieren deswegen die 30.000 bis 40.000 in denen wir aktuell handeln in diesem korridor ja schon seit wochen der wird womöglich noch weiter halten sollte aber nach unten unterschritten werden könnte es noch mal zu dynamiken kommen am ende des tages aber kann man zumindest mal sagen die märkte kühlen ab derivate märkte also vor allem die future märkte die völlig überhitzt waren exchanges die deutlich ein handelsvolumen verlieren das sind die beweise dafür dass wir in einer konsolidierung sind und dass diese womöglich auch noch anhält und hier gibt es einen twitter kanal root heißt der der ab und zu ein paar grafiken zeigt auch on-chain basiert aber eben hier mal in die vergangenheit schaut und sich angeguckt hat wie lange haben die konsolidierungsphasen eigentlich in der vergangenheit gehalten beziehungsweise wie lange haben sie sich bewegt und hier sieht man eben auch zwei verschiedene phasen zum beispiel 2013 war sie relativ lang die war 2017 dann eben die konsolidierungsphase im sommer wesentlich kürzer bis dann eben auch der bärenmarkt nochmal eingetreten ist 2018 das dürfen natürlich an der stelle nicht vergessen das sieht man dann hier in diesem feld aber vor allem die aktuelle phase die sieht eben so aus dass wir hier ja ungefähr 90 tage schon hinter uns haben und dass dieser kanal prognostiziert dass es vielleicht noch ein bisschen in genau dieser form weitergehen könnte aber wenn man sich hier die linien anguckt hier schön reingemalt hat dann sind wir vielleicht schon über der hälfte was halte ich davon ehrlich gesagt nicht so viel denn blick in die vergangenheit bedeutet nicht dass wir die zukunft kennen klar wir können hier mit wahrscheinlichkeiten abschätzen wir können vielleicht sehen ah ja hier sind ähnlichkeiten zu den zyklen in der vergangenheit das ist aber auch ganz einfach zu erklären denn ich meine am ende des tages und das habe ich vorhin schon gesagt sind wir alle menschen wir handeln dieses asset und wir handeln eben auch emotional es sind zwar auch institutionelle investoren dabei die versuchen ein bisschen abgekühlter an die sache dran zu gehen aber schauen wir uns mal das aktuelle interesse an hier ist das thema grayscale wieder ein thema auch dieser unlock von den 16.000 btc am sonntag relevant aber hier muss man ganz klar sagen das interesse ist auch auf institutioneller ebene erst mal abgeebbt denn auch hier überwiegend die emotionen und auch die sorgen und die ängste wie geht es denn jetzt mit dem gesamtfinanzmarkt weiter und das darf man an der stelle eben nicht vergessen deswegen solche daten immer mit vorsicht genießen und die psychologie eines menschen funktioniert eben gleich wir sind in einer phase wo wir eher depressiv defensiv unterwegs sind jetzt im kryptomarkt und vielleicht eben als vorbote auf das was auf dem finanzmarkt noch vielleicht auf uns wartet und deswegen kann diese konsolidierung durchaus auch noch länger dauern schauen wir hier nochmal auf den vergleiche 2011 2013 2017 und 2021 sehen wir eben hier nochmal eine andere art dieser darstellung und da sieht man eben aber auch dass vor allem diese percentages also die steigerungsraten zurückgehen in den verschiedenen bullruns dass wir hier schon das ende erlebt haben glaube ich persönlich nicht das ist aber nur meine persönliche einschätzung weil ich eben auch hoffnungsschimmer sehe die sind auf seiten vor allem von retail investoren auch und die braucht es am ende denn wer jetzt glaubt ja klar institutional money und die wales die manipulieren im markt gar keine frage aber in welche richtung denn in die richtung dass eben auch der kleine investor auf dieses asset aufmerksam wird und hier vielleicht sich auch entsprechend platziert schauen wir jetzt mal auf diejenigen die frisch in den markt hinzugekommen sind in den letzten sechs monaten da gab es vor allem eben viele frischlinge viele neue einsteiger die dann eben vielleicht bei 50 60.000 eingestiegen sind und dann natürlich jetzt an der frage stehen oder die frage vor sich stehen haben soll ich denn jetzt noch verkaufen oder nicht und die frage die kann ich euch nicht abnehmen und die können ich auch solche grafiken nicht abnehmen und wenn ich euch jetzt sage die konsolidierung dauert noch 90 tage würdet ihr diese 90 tage durchhalten wenn in 60 tagen der bid konkurs noch bei 20.000 ist die frage müsst ihr euch selber stellen seid ihr langfristig dabei oder eben mit zu viel angst mit zu viel unsicherheit und wenn das der fall ist dann solltet ihr definitiv die position für euch ja überdenken vielleicht vermindern oder eben auch diese zeit der ruhe in bildung investieren und sich zu überlegen was ist dieses asset eigentlich und wo investiere ich hier und wie ist eigentlich das gesamtsentiment am kompletten finanzmarkt vielleicht könnt ihr mir ja mal sagen dass eure tricks gerade in dieser phase sind wo es ruhiger ist damit ihr die nerven behaltet damit ihr cool bleibt denn wenn man sich die analysen aktuell anschaut langfristige investoren die sind allesamt im plus das gilt auch für die institutionellen investoren diesen dump und diesen abverkauf haben diejenigen ausgelöst die das ganze auch eben auf diese spitze vorher schon getrieben haben schreibt sie mal unten rein würde mich interessieren wie ihr das aktuell einschätzt ich komme jetzt mal noch zu einem anderen hoffnungsschimmer beziehungsweise zum thema wo ich eben bewegung wieder auch in zukunft sehe und das war eben auch in der vergangenheit der fall und das ist das thema nft non fungible token ihr wisst auf diesem kanal defail und nft ist ein großes thema weil es für mich use cases sind die ja greifbarkeit zeigen die greifbar sind ich meine am ende des tages wirklich no front aber wenn wir uns bitcoin jetzt aktuell anschauen ich halte bitcoin jetzt schon seit fünf jahren in meinem portfolio und habe damit eigentlich nichts gemacht außer es zu halten ich habe nicht viel damit angestellt was habe ich aber mit meinen ethern gemacht oder mit anderen crypto assets die habe ich ja klar auch mehr gehandelt weil sie eben auch volatiler sind aber vor allem habe ich sie auch genutzt um mal produkte auszuprobieren ich habe digitales land erworben ich habe defail produkte jedweder art ausprobiert um einfach wirklich auch mit dieser dezentralen technologie noch stärker zu interagieren als nur transaktionen zu versenden das nur mal als motivation und warum ich auch glaube dass eben gerade auch die anderen dezentralen netzwerke smart contract netzwerke schon noch eine relevante rolle auch eine sehr relevante rolle spielen weil sie eben applikationen uns in die hände geben um das ganze zu nutzen nft ist eines dieser themen was jetzt hier im kanal auch stärker bespielen werden und wir sehen die suchanfragen sind ja auch niedrig jetzt gibt es hier einen ganz kleinen aufschwung und wenn wir uns mal aber die marktdaten anschauen also hier zum beispiel nft overview dann sehen wir aktuell ja ein trend bei extra infinity ihr hattest im letzten video schon gesehen trending coin auch natürlich der preis entsprechend steigend liegt daran dass das spiel hier im vollen gang ist eine große nachfrage nach diesen kleinen monsternis auch eine hohe einstiegshürde ich wäre hier vorsichtig grundsätzlich aber die die zahlen die sind wichtig die letzten 30 tage hier diese steigerung an sales an tradern an volume zeigt zumindest mal wieder ein gesteigertes interesse an der gesamtthematik nft und die braucht es meiner meinung nach eben auch um einen neuen retail pump auszulösen denn egal wie negativ auch viele sachen sind und ihr sollte hier immer wirklich vorsichtig unterwegs sein das ist meine absolute empfehlung hört nicht auf das was ich sage sondern hört auf euch selbst hört auf die verschiedenen blickwinkel mein video sollte einer dieser blickwinkel sein und am ende macht ihr euch euer eigenes bild das ist sehr sehr wichtig und ja dann sieht man eben auch dass hier diese nachfrage gerade explosiv ist bedeutet nicht dass ihr einsteigen müsst um hier euer glück zu suchen aber man sieht das ist das was der retail markt vielleicht am ende braucht wieder etwas was er anfassen kann was greifbar ist und was den use case blockchain einfach nochmal auf nächstes level spielt und wenn es erstmal nur irgendwelche sammelkarten oder monster sind wir sehen hier auch entsprechend die verkäufe mal im 30 tage durchschnitt auch wieder auf dem steigenden ast also auf jeden fall alles andere als eine schlechte entwicklung und deswegen auch nochmal der hinweis wenn ihr zu dem thema grayscale noch ein bisschen mehr wissen wollt guckt einfach das letzte video aber wenn ihr zum thema kurs prognose noch was wissen wollt da habe ich auch ein video auf meinem zweitkanal crypto2go gemacht dort könnt ihr auch nochmal meine einschätzung sehen zu dem was vielleicht in der fernen zukunft mit bitcoin noch los ist das ist vielleicht nochmal an der stelle interessant für euch und damit will ich eigentlich das video schon schließen an dieser stelle also wir haben das momentum die aktuelle marktlage so ein bisschen aufgenommen es ist ernüchternd es ist auch ein bisschen ermüdend tatsächlich aber nutzt doch diese ruhe nutzt diese ruhe um ein bisschen bildung aufzubauen euch weiterzuentwickeln in diesem space lest bücher guckt euch vielleicht verschiedene use cases an probiert sie im besten fall vielleicht sogar aus aber seid trotzdem immer auf der hut denn diese ruhephase und das ist jetzt meine persönliche einschätzung zum abschluss wird womöglich noch eine ganze zeit lang andauern zumindest mal den gesamten sommer denn guckt mal raus ja wir hatten jetzt schlimme unwetter aber die leute wollen in die bars die wollen was erleben die wollen ja einen richtigen sommer eigentlich mal wieder leben sind im urlaub unterwegs und das ist ganz klar und das sieht man auch an suchanfragen überall auch im finanzbereich das größte sommerloch eigentlich seit den letzten zwei drei jahren und da erinnere ich auch noch ein bisschen an das video selle may go away come back in september vielleicht wird dieses sprichwort ja tatsächlich wieder wahr dass wir im september dann wieder ein bisschen mehr aufschwung erleben ep1559 das protokoll update von ethereum könnte hier ein rettungsanker vielleicht mal sein um ein bisschen impuls reinzukriegen da gibt es am samstag einen guten talk für euch was das eigentlich ist was hinter steckt und was gut oder schlecht daran ist und ja dann würde mich nur noch interessieren wie ihr die lage einschätzt wie lange wird die konsolidierung eurer Meinung nach noch dauern ich sage euch jetzt mal einen Monat und ich nehme einfach mal Ende September Oktober und hoffe dass wir dann wieder einen kleinen Impuls nach oben erleben mit frischen guten News auch aus fundamentaler Sicht denn die sind definitiv gegeben fundamental steht Bitcoin und Kryptoassets sehr sehr gut da das kann man auf jeden Fall nicht ausschließen was es aber vielleicht noch braucht und deswegen nochmal als Abschluss der Wink hier an das letzte Video kauft ein Unternehmen wie Apple oder irgendein großer Name nochmal ein in dieses Asset jetzt in dieser Phase ist immer alles möglich und das ist es eben der Kryptomarkt ist in seiner Preiszündung weiterhin weiterhin die Dezentralität die Technologien der Zukunft sie sind noch am Anfang ob es alles sich so ausgeht wie wir uns das wünschen kann ich euch auch nicht sagen aber ich denke die Chancen stehen gut deswegen wenn es dir gefallen hat hau doch mal den Like drauf Ideen Kommentare unten rein dann würde ich sagen macht's gut bis zum nächsten Mal und ciao Bis zum nächsten Mal